Hallo liebe DeFi DJs und Yield Farmer Chats, herzlich willkommen zu meinem Sonntags-Livestream über Krypto und professionelles Yield Farming und ich hoffe ihr habt es euch bei einer heißen Tasse Kaffee gemütlich gemacht und seid bereit für eine hoffentlich 3,4 Stunde Vollstoff-Input über Krypto-Investments. Und in dem heutigen Stream geht es darum, dass wir einen neuen Pool bei Ellipsis haben und zwar einen Pool, in dem man Bitcoin staken kann. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kriegen wir unsere Bitcoins überhaupt zu Ellipsis? Denn das Bitcoin-Netzwerk, das kann ja kein DeFi und Ellipsis läuft auf der Binance Smart Chain. Wie kriegt man also die Bitcoins dahin? Das Ganze ist recht attraktiv, denn bei Ellipsis gibt es zurzeit auf die Bitcoin, die wir da einlegen, 60% APY. Das heißt also einen Jahresertrag von 60%, allerdings in EPS-Tokens, nicht in Bitcoin, sondern in EPS. Und die EPS sind auch wie bekannt gewestet. Das bedeutet, die liegen eben für drei Monate da fest und können erst nach drei Monaten verwertet werden. Oder die Alternative ist, man holt die gewesteten EPS, die Rewards, vorzeitig ab und verzichtet dann auf die Hälfte davon. Dafür kann man aber dann sofort weiterarbeiten. Wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Und ich sage also jetzt auch vorweg, ich habe das Ganze aufgezeichnet, weil sich das nicht für einen Livestream eignet. Wir müssen nämlich unsere Bitcoin hin und her transferieren. Da gibt es einige Wartezeiten. Das wollte ich euch hier im Stream nicht antun. Deshalb jetzt eben heute mal eine Aufzeichnung. Und inklusive ist dann eben auch eine Anleitung, wie man Bitcoins auf die Binance Smart Chain kriegt und wie man Bitcoins auf die Ethereum Blockchain bekommt. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann zeige ich auch eine Token Bridge, mit der man Ethereum von Ether, von der Ethereum Blockchain auf die Binance Smart Chain bekommt und da weiterarbeiten kann. Also viel Spaß. Ich zeige jetzt mal den Screen. Als erstes mal hier ist der Pool zu sehen, über den ich spreche. Das ist der sogenannte RAN Pool auf der Ellipsis, also auf Ellipsis. Ellipsis.Finance. Darüber habe ich ein Video gemacht. Das werde ich hier verlinken. Da erkläre ich, was Ellipsis ist und warum es das gibt. Hier steht Rewards APY 56,07 Prozent in EPS. Dieser Pool hier ist gemeint und einlegen kann man in den Pool etwas. Das nennt sich BBTC und RAN BTC. Das sind zwei Coins auf der Binance Smart Chain, die den Kurs von Bitcoin abbilden. Das heißt, ein BBTC oder ein RAN BTC ist immer genau ein Bitcoin wert. Diese zwei Assets kann man hier traden untereinander. Das heißt, wenn ich hier in diesem Menü, ach übrigens, das ist noch ganz wichtig, wenn ihr den RAN Pool hier nicht seht, dann müsst ihr die Seite nochmal neu laden und zwar indem ihr zum Beispiel die Shift-Taste drückt und dann hier auf das neue Laden-Symbol. Und wir sind ja hier übrigens jetzt auch auf der Binance Smart Chain. Hier, das heißt Ellipsis ist ein Projekt auf der Binance Smart Chain. Und wenn ihr also neu geladen habt, dann seht ihr den Pool hier. Und dieser Pool ermöglicht es, dass man zwischen diesen beiden Assets swappen kann. Das heißt, man kann von BTC-B nach RAN BTC swappen im Verhältnis 1 zu 1, zumindest mehr oder weniger. Mehr oder weniger bedeutet, klar, es gehen auch ein bisschen Gebühren ab. Und diese beiden Assets sind ja an den Bitcoin gekoppelt. Das heißt also ein BTC-B und ein RAN BTC sind immer ein Bitcoin-Wert, sodass also ich hier die Möglichkeit habe, hin und her auszutauschen, je nachdem, welche von beiden Varianten ich brauche. Und warum sollte ich das tun oder warum brauche ich das? Ja, weil ich mit dem BTC-B einige Möglichkeiten auf der Binance Smart Chain habe. Das heißt also, meine Bitcoin liegen jetzt nicht mehr nutzlos in meinem Bitcoin-Wallet rum und warten darauf, dass ich sie irgendwann auscache, sondern ich kann die nutzen in allen möglichen DeFi-Protokollen, wie zum Beispiel auch bei Venus. Ich könnte die also bei Venus als Sicherheit hinterlegen und dann entsprechend mir etwas leihen. Die BTC-B, die sehe ich hier in der Liste bei Supply. Und von da aus kann ich mir also dann zum Beispiel Stablecoins leihen oder ähnliche Sachen, was auch immer. Ich kann bei PancakeSwap in Liquiditätspools einzahlen. Der BTC-B ist relativ geläufig auf der Binance Smart Chain, während der RAN BTC nicht so geläufig ist. Der wird noch zumindest nicht so viel benutzt. Der RAN BTC ist aber ein, das ist also quasi der Bitcoin, auch ein Bitcoin-Token, der also den Kurs von Bitcoin abbildet. Das Projekt dahinter ist schon recht alt für DeFi-Verhältnisse. Ich meine, das wäre letzten Sommer gestartet. Es kann sein, dass es ein bisschen vorher war oder auch ein bisschen nachher. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau. Und zwar war die Idee beim RAN BTC, dass man seine Bitcoins auf der Ethereum-Blockchain verwenden kann. Das bedeutet also, Bitcoins, die vorher in einem Bitcoin-Wallet waren und da nutzlos rumlagen, konnte man dann bei Ethereum zum Beispiel bei Uniswap oder bei Sushi-Swap oder so dann staken. Und dafür müssen die ja rüber auf die Ethereum-Blockchain. Und das kann man über die RAN-Token-Bridge machen. Und jetzt, wie kommt man an BTC-B ran? BTC-B bekommt man bei Binance. Das heißt, wenn ich bei Binance auf dem zentralisierten Exchange, wenn ich da Bitcoin einzahle, habe ich die Möglichkeit, diese Bitcoins abzuheben auf die Binance-Smartchain. Dann sind die in meinem Metamask-Wallet drin, in der Version BTC-B. Und warum sollte ich das nicht machen? Weil, wenn ich meine Bitcoins an Binance schicke, dann sind die zwischenzeitlich bei Binance. Und Binance ist ja ein zentralisierter Exchange. Und ich hänge total davon ab, was mit den Tokens da passiert. Das heißt also, wenn Binance jetzt die Idee hat, dass die mal die Herkunft dieser Assets klären möchten, dann werden die mein Konto sperren. Dann sind die Bitcoins in meinem Konto drin. Ich komme nicht mehr ran. Die liegen da fest. Und ich bin dann davon abhängig, dass ich mit dem Support von Binance kläre, wie ich die wieder freikriege. Das ist ein ganz schönes Risiko. Das würde ich jetzt bei größeren Beträgen nicht eingehen. Wenn ich mit Bitcoins arbeite, kann es schon durchaus sein, dass ich mal größere Beträge hin und her transferieren muss. Denn der Bitcoin hat ja zurzeit einen Kurs von 60.000 US-Dollar oder mehr. Und das heißt also, wenn ich aus alten Zeiten noch einen Bitcoin irgendwie habe, was weiß ich, weil ich mal gemeint habe oder weil ich die irgendwann mal bei 70 Dollar gekauft habe oder so, also zu den glücklichen Leuten zähle, dann habe ich ja doch auf einmal eine ganz erhebliche Menge an Bitcoins, also an Dollar in Bitcoins. Und das heißt also, wenn ich damit was machen möchte, dann bewege ich unter Umständen schon mal größere Beträge. Und da wäre ich sehr vorsichtig, die dann eben mal eben kurz als Zwischenstation zum Beispiel auf Binance liegen zu haben. Denn wer weiß, wenn das dann gesperrt wird, dann komme ich eine ganze Weile nicht dran. Daher ist also gefragt, eine dezentrale Lösung, wie ich die Assets von einem Punkt an den anderen transferiere. Und diese dezentrale Lösung ist REN, das REN Project. Das hat, also das bietet die Möglichkeit, diese Bitcoins zum Beispiel auf Binance zu transferieren oder eben auch auf Ethereum. Und der ganze Vorgang läuft dezentralisiert ab. Das bedeutet auch unter anderem, dass das Team von REN keine Möglichkeit hat, zwischenzeitlich an die Bitcoins ranzukommen. Die liegen zwar, wenn die gebridged werden, bei Binance, äh Quatsch, bei REN, aber die Leute haben keine Möglichkeit, auf diese Bitcoins zuzugreifen. Die sind da also weggeschlossen. Und das ist ein Riesenunterschied zu Binance. Das heißt, dieser ganze Vorgang, das Bridgen, das ist komplett automatisiert. Der Vorgang ist komplett automatisiert. Und wenn, und es gibt auch meines Wissens keine richtige Obergrenze, wahrscheinlich doch eine, die mit der Liquidität zusammenhängt, die auf diesem Projekt ist, aber die wird sehr hoch sein. So, also das heißt, ich möchte in diesen Pool hier rein, in diesen Staking Pool. Dafür müssen meine Bitcoins hier hin, nämlich auf die Binance Smart Chain. Die Bitcoins habe ich in meinem Wallet, in meinem Bitcoin-Wallet. Unter anderem wäre das das Exodus-Wallet oder Ledger-Hardware-Wallet. Es gibt ja alle möglichen Wallets, wo auch immer die sind. Die REN-Bridge kann man bedienen mit jedem beliebigen Wallet. Das Bitcoin kann. Das sind die und ich möchte die jetzt hier hinkriegen. Und dafür verwende ich eben diese Bridge bei REN. Und REN findet man unter RENproject.io Und auf der Webseite von RENproject.io gibt es hier diesen Button Bridge Assets to Ethereum und der ist noch nicht aktualisiert. Hier kann man, damit ist auch gemeint, Bridge Assets to Binance Smart Chain. Also es gibt hier zwei Blockchains, die bedient werden. Der Button, der sagt jetzt Ethereum, aber in Wirklichkeit ist das die Bridge, über die ich spreche hier. Da gibt es die Version 2.1 und die Version 2.1, die kann eben auch die Binance Smart Chain bedienen. Und dann sehe ich hier zwei Möglichkeiten, nämlich MINT und Release. MINT ist, dass die Bitcoin an REN geschickt werden und ich dafür dann eben zum Beispiel auf der Binance Smart Chain REN BTC bekomme oder auf der Ethereum Blockchain. Auf einer von beiden, das kann ich hier auswählen, bekomme ich dann eben die REN BTC. Die Bitcoin sind bei REN, bei REN Project hinterlegt in einem Smart Contract beziehungsweise in einer Art Volt oder so und diese Bitcoin, die bekommt man dann, wenn man also fertig ist, zum Beispiel auf der Binance Smart Chain oder auf der Ethereum Blockchain. Wenn man die dann also wieder haben möchte im richtigen Bitcoin Wallet, zum Beispiel bei Exodus, wenn ich die also zurückhaben möchte, dann gehe ich auf Release, dann kann ich hier meine REN BTC eintragen und bekomme meine Bitcoin zurück. Und die REN BTC, die sind ganz normale Tokens auf der Binance Smart Chain oder auch auf Ethereum. Das heißt, ich kann die verkaufen, ich kann die staken, ich kann alles mögliche damit machen, was ich mit allen anderen Tokens auch kann, wie zum Beispiel mit DAI oder mit Tether oder mit anderen Tokens. Das bedeutet, wenn ich diese REN BTC, die ich jetzt auf der Binance Smart Chain habe, wenn ich die verkaufe, dann kann jemand anders mit den REN BTC hier hingehen und sich Bitcoin holen. Ich kann das dann nicht mehr, aber das ist ja auch richtig so, weil ich habe die ja eben verkauft und deshalb gehören die mir auch nicht mehr. Das heißt also, die REN BTC sind eine Art Gutschein, der eingelöst werden kann hier bei REN gegen richtige Bitcoin. Und diesen Vorgang nennt man Release und Minden ist das Umgekehrte. Ich habe Bitcoin in meinem Wallet und ich möchte die jetzt als REN BTC auf der Binance Smart Chain haben. Und dann gehe ich eben danach zum Beispiel auf Ellipsis und tausche die meinetwegen auch in BTCB um und kann dann bei Venus staken. Also damit sind quasi alle Möglichkeiten freigeschaltet für den Bitcoin, die andere Assets auf der Binance Smart Chain auch haben. Und das möchte ich jetzt ganz gerne zeigen, wie das funktioniert. Und zwar muss ich dafür als erstes mein Metamask Wallet hier connecten. Und dabei ist total wichtig, wenn ich jetzt hier die Binance Smart Chain verwenden möchte, dass ich natürlich in meinem Metamask auch die Binance Smart Chain verwende. also hier muss die Binance Smart Chain eingestellt sein und dann kann ich also quasi hier weiterarbeiten. Das passt und das passt. Wenn ich Ethereum nehme, dann möchte ich, dann muss das natürlich andersrum sein. Das heißt, hier muss als Destination Ethereum ausgewählt werden und mein Wallet muss auf Ethereum eingestellt sein. Wir machen das jetzt aber mit Binance. Das heißt, ich stelle wieder alles zurück auf Binance und der nächste Schritt ist jetzt, dass hier quasi ausgerechnet wird, was das Ganze kosten soll und hier werden auch nochmal die einzelnen Adressen angezeigt und so weiter und hier gebe ich jetzt einen Betrag ein und ich habe hier für euch auch keine Kosten und Mühen gescheut und deshalb hier 0,01 Bitcoin locker gemacht und die werden wir jetzt also verwenden und auf die Binance Smart Chain transferieren. Und zwar nehmen wir also jetzt 0,01 BTC oder ich mache mal ein bisschen ich mache doch mal kleiner weil ich nicht ganz sicher bin wie die wie die Gebühren sind wo die herkommen ich mache mal 0,08 BTC dann habe ich noch ein bisschen Rest falls ich irgendwelche Gebühren zahlen muss und die jetzt sieht man hier also die Details Sending 0,08 BTC ach ich mache das jetzt einfach mal gucken mit 0,01 weil dann wenn das nicht geht dann stoßen wir da ja irgendwo an wird da irgendwo ein Fehler auftauchen hier ist auch die Adresse wo also quasi dann am Schluss die Renn BTC ankommen und die das muss ich nochmal überprüfen ob das übereinstimmt mit meiner Adresse und das stimmt auch also 0xd3f und so weiter an der großen Kleinschreibung braucht man sich hier nicht zu stören das ist okay wenn die nicht übereinstimmt aber natürlich sollten die sollten die Adresse stimmen das ist also quasi die Zieladresse auf der Binance Smart Chain was jetzt mein Metamask Wallet ist und da kommen nachher die Renn BTC an hier sind die entsprechenden Gebühren und dann komme ich hier 0,008 574 Renn BTC und damit ist glaube ich auch ein bisschen geklärt wie das mit den Gebühren ist die ganze Aktion kostet mich also schlappe 80 90 Dollar was echt ein bisschen viel ist aber man wird das wahrscheinlich auch eher mit den größeren Beträgen machen deshalb also auch die Idee warum man das jetzt nicht über Binance zentralisierten Exchange macht so dann bestätige ich das schicke das Ganze ab und jetzt muss ich innerhalb von 36 Stunden meine Bitcoins dahin schicken weil sonst verfällt diese ganze Transaktion hier und es dauert 6 Blöcke ich brauche 6 Block Confirmations also das heißt es dauert ungefähr 60 Minuten weil ja ein Block bei Bitcoin 10 Minuten dauert nach 6 Confirmations ungefähr dann gehen erst die Renn BTC in mein Wallet ein also die ganze Sache dauert jetzt echt eine Stunde und deshalb habe ich dieses Video auch aufgezeichnet weil das funktioniert natürlich live nicht so dann gehe ich auf Continue und dann habe ich hier eine Adresse eine Bitcoin Adresse an die ich diese diesen Betrag die 0,01 Bitcoin schicken muss den kopiere ich mir diese Adresse kopiere ich mir und dann sende ich den Bitcoin dahin so und jetzt müsste früher oder später hier die Meldung auftauchen dass die Assets eingegangen sind und darauf warten wir jetzt mal eine Weile und ich melde mich dann gleich wieder wenn das hier passiert ist bis gleich so und jetzt sind wir einen kleinen Schritt weiter und zwar hat die Renbridge registriert dass ich mal die Anleitung was passiert wenn mir jetzt mittendrin der Browser abstürzt oder ich den einfach aus Versehen zumache oder ich keine Ahnung den Rechner ausschalte und weil ich einfach keine Zeit habe jetzt eine Stunde lang hier auf den Bildschirm zu gucken das ist nicht schlimm man kann hier einfach weg gehen der Browser kann das Ganze läuft im Hintergrund es hängt überhaupt nicht davon ab ob der Browser da ist oder Metamask das passiert von selbst wenn die Sachen erstmal eingezahlt sind und auf dem Weg sind also wenn man quasi von Exodus oder von was auch immer welchem Wallet auch immer man das geschickt hat wenn der Transfer läuft dann kann man in aller Ruhe was anderes machen und wenn man dann später nochmal nachschauen will wie der aktuelle Stand ist dann geht man wieder auf und zwar muss man hier tatsächlich erstmal die Beinen Smart Chain wieder aussuchen das habe ich jetzt falsch gemacht also erstmal die Beinen Smart Chain einstellen dann das Wallet verbinden das Wallet ist auf die Beinen Smart Chain eingestellt dann kann ich hier mit diesem Knopf der aussieht wie so eine Liste meine ehemaligen Transfers einsehen da ist einer das ist hier dieses das ist die quasi ich glaube das ist eine Bitcoin Adresse an die das geschickt wurde und dann rufe ich mir das auf und nachdem hier erstmal etwas verwirrend behauptet wurde dass noch kein Deposit statt gefunden hat wird dann nach einer Zeit die Transaktion wieder angezeigt und es sind immer noch keine Confirmations passiert das wird aber jetzt in der nächsten Zeit kommen und dann wird hier das von 0 auf 6 hoch gehen und wenn dann die 6 Confirmations passiert sind dann werde ich mich nochmal und zeige mal wie das aussieht und zwei Stunden später sind jetzt die Bestätigung im Bitcoin Netzwerk durch und die Bitcoin sind jetzt also bei REN angekommen und auch verarbeitet worden und jetzt sehe ich hier auch dass also dieses Symbol hier voll ist der nächste Schritt ist ich muss hier noch auf MINT REN BTC klicken das heißt also das Ganze ist kein Selbstläufer sondern wenn diese Transaktion wenn die sechs Bestätigungen durch sind dann muss ich hier nochmal hin und quasi die Bitcoin die REN BTC minten das ist also eine Aktion die auf der BINAN Smart Chain läuft das ist auch eine Transaktion die ich quasi mit meinem Wallet initiiere und wenn diese Transaktion durch ist dann habe ich die REN BTC in meinem Wallet ich sehe die jetzt nur nicht und das liegt daran dass ich diesen Token hier bei Metamask noch hinzufügen muss das geht folgendermaßen ich gehe zu bscscan.com das ist ja der Blockchain Explorer der Binance Smart Chain und hier gebe ich REN BTC ein und dann bekomme ich den Token REN BTC angezeigt ich habe ihn hier zweimal ich muss ein bisschen aufpassen dass ich nicht den falschen nehme es kann aber hier in diesem Fall eigentlich nicht so viel schief gehen denn wenn ich den richtigen erwische dann habe ich auch eine Balance in meinem Wallet wenn ich einen falschen erwische ist das auf 0 ich nehme jetzt mal den ersten hier der sieht irgendwie ein bisschen besser aus hier steht ren project dot io drunter hier nicht außerdem ist das ticker symbol hier mit einem kleinen rennen hier mit einem großen rennen also hier den die adresse eintrage und dann das ganze hinzufüge und hier sind dann auch meine 0,008 ren btc das ist eine gerundete zahl die habe ich jetzt also in meinem wallet drin der nächste schritt ist ich gehe auf ellipsis dot finance und wähle den ren pool aus zum beispiel indem ich klicke auf deposit und kann dann meine ren btc hier einlegen in den pool erstmal die den token freischalten hier und wenn die transaktion durch ist dann kann ich mit deposit meine einlage machen und in dem moment sind meine bitcoin dann in dem pool drin und jetzt muss ich noch die lp tokens also die pool tokens die ich bekommen habe für meine einlage staken das mache ich dann eben hier unter stake lp das wird auch automatisch aufgerufen wenn die transaktion durch ist und hier klicke ich auf deposit und sobald diese transaktion durch ist sind meine tokens dann auch gestaked und verdienen diese apy abholen kann ich meine tokens mit withdraw wenn ich also aus dem pool wieder raus bin dann hole ich mir meine bitcoins zurück mache ich jetzt aber nicht und nach einer zeit werden wird meine einlage dann auch staking rewards generieren und das zeige ich jetzt gleich wenn hier etwas entstanden ist dauert jetzt ein bisschen zu lange weil meine einlage nicht allzu hoch ist man sieht es ja auch hier ich habe 0,01 gestaked und es gibt insgesamt 3333,35 pool tokens die hier gestaked sind das heißt meine einlage ist so gering dass also jetzt hier erstmal so schnell keine rewards kommen aber was passiert wenn dass hier jetzt ein paar stunden vergangen sind dann erscheint hier ein knopf der ist so ähnlich wie dieser hier west eps hier wird also quasi werden die rewards angezeigt und man kann die rewards dann westen das bedeutet wenn ich jetzt hier auf west klicke dann gehen meine rewards quasi in den Westing Prozess über das bedeutet Westing bedeutet dass ich diese dass mir zwar die rewards gehören aber ich die noch nicht ausgeben kann das dauert drei Monate bis ich an die eps tokens rankomme die sind also hier gewestet das sieht man hier in diesem Kästchen Westing eps hier sieht man die Menge die gewestet ist und wann man diese tokens dann abholen kann das wäre in vorher abhole die eps tokens das kann ich machen da muss ich auf die hälfte der eps tokens verzichten das heißt ich habe hier ein early exit penalty also eine strafe für einen vorzeitigen austritt aus diesem pool und diese das sind wären hier also dann 5,14 eps von den 10,28 diese restlichen 5,14 die hier abgezogen werden die gehen die werden verteilt an die leute die lockt haben also das heißt die ihre eps tokens die sie im wallet haben hier festgelegt haben für drei monate und für die drei monate bekommen die immer wenn jemand hier vorzeitig quasi das Westing abbricht dann bekommen die quasi diese penalty ausgezahlt und das ist die Art und Weise wie ich hier quasi auf meine Bitcoin eine APY von wie hier angezeigt wird 55,06 sind es jetzt bevor ich das Video gemacht habe waren es knapp 60 also man kann man bekommt hier eine ganz ordentliche APY für die Bitcoin so jetzt im zweiten teil geht es darum wie bekommen wir unsere Ether auf die Binance Smart Chain das hat jetzt nichts mit Ellipsis zu tun es ist einfach nur jetzt eine kleine Ergänzung weil wenn wir Ether haben eventuell haben wir welche die sind jetzt auch in unserem Wallet eher nutzlos weil wir durch die Transaktionsgebühren nicht so viel damit anfangen können und wir können die Ether natürlich trotzdem für uns arbeiten lassen indem wir die auf die Binance Smart Chain transferieren und das Ganze geht auch über eine Token Bridge die wird aber nicht von dem REN Project zur Verfügung gestellt weil bei REN kann man nicht die Ether rüberschinken sondern nur Bitcoin und es gibt noch Dogecoin und wie macht man das Ganze jetzt mit Ether das machen wir auch mit einer Token Bridge und die zeige ich jetzt mal die heißt die kommt vom NERV Projekt NERV ist eine Art Exchange bei dem Stablecoins geswappt werden können so ähnlich wie bei Ellipsis auch die haben auch ein Staking und einen eigenen Token der NERV also NRV und so weiter also hier kann man relativ also genauso staken und das mit auch recht attraktiven APYs zurzeit 100% APY 400% in bestimmten Pools und so das könnt ihr euch mal selber anschauen und hier hat man aber auch eine Bridge und das ist tatsächlich also die einzige Token Bridge die ich gefunden habe die wirklich funktioniert es gibt noch eine bei Multichain .xyz und bei AnySwap und ich glaube dass hier AnySwap tatsächlich dahinter steckt hier steht jetzt auch Powered by AnySwap Network und das was die hier bei Nerf geschafft haben ist dass die Benutzeroberfläche auch wirklich funktioniert und einigermaßen intuitiv ist während ich bei AnySwap mir tatsächlich ein bisschen die Zähne ausgebissen habe das vernünftig ans laufen zu kriegen hier bei Nerf läuft es relativ intuitiv jetzt vielleicht wenn ich jetzt eine kleine Anleitung mache müsste das eigentlich jeder hinkriegen also hier steht transferring from ETH to BST also das heißt ich bin jetzt auf Ethereum und ich möchte zur Binance Smart Chain und das bedeutet ich muss jetzt meine Ether hier einzahlen und dann bekomme ich AnyETH und AnyETH ist ein Token der ist dann auch verfügbar auf der Binance Smart Chain also AnyETH gibt es soweit ich es verstanden habe auf beiden Blockchains gleichzeitig denn ich kann wenn ich die Ether in AnyETH umgetauscht habe dann kann ich mir die auch wiederholen auf der Ethereum Blockchain aber ich kann die eben auch auf der Binance Smart Chain wiederholen und in Ether umtauschen das wäre dann Ether auf der Binance Smart Chain und der Weg dahin ist eigentlich relativ simpel man geht also hier auf die Bridge bei Nerve .fi also FI Nerve .fi geht hier auf die Bridge verbindet sein Wallet und zwar natürlich weil ich bin ja jetzt auf Ethereum deshalb muss ich hier im Metamask Wallet auch Ethereum auswählen und ich habe hier mal drei Ether locker gemacht um irgendwie zu zeigen um euch das zu demonstrieren ich glaube ich nehme aber nicht den ganzen Betrag sondern ich mache das mal mit einem kleineren Betrag jetzt hier also ich bin auf Ethereum ich habe meine Ausgangswallet da sind meine Ether drauf und jetzt möchte ich gerne sagen wir mal einen halben Ether übertragen und dann wähle ich hier aus Ether und Any ETH weil Any ETH ist quasi der Zwischenschritt erst wird umgetauscht in Any ETH und dann tausche ich von Any ETH wieder um in Ether und das mache ich eben dann auf Binance so also ich bin auf Ethereum stelle hier ein Ether und Any ETH trage den Betrag ein gehe auf Deposit hier sind wieder die hohen Transaktionsgebühren ich mache jetzt mal auf schnell dass man das irgendwie dass es hoffentlich auch relativ schnell geht und dann läuft diese ganze Transaktion ich schaue mal ganz kurz hier nach wie lange das ganze dauern soll ein bis zwei Minuten ja da warte ich jetzt mal diese Zeit und wenn dann diese Transaktion durch ist wenn die bestätigt ist dann ah wollte ich mich gerade gleich melden aber es ist tatsächlich schon durch gelaufen dann können wir jetzt einfach direkt weitermachen die Transaktion ist durch und jetzt das ist etwas wo man ein bisschen aufpassen muss steht hier dass die erst nach zwei Block Confirmations auch wirklich gut geschrieben werden das bedeutet wir müssen noch mal ein bisschen warten diese Block confirmations die sind ja bei Ethereum die dauern auch ein bisschen da sind jetzt schon drei confirmations und ich denke mal auf der Binance Smart Chain müssen auch ein paar Confirmations passieren und dann schalte ich mein Wallet um auf die Binance Smart Chain und dann muss ich noch die den Token AnyEth wenn ich die sehen möchte hier hinzufügen und wie das geht das zeige ich jetzt auch und zwar gehe ich hier auf BSC Scan auf den Blockchain Explorer und dann suche ich hier den Token AnyEth und da ist er auch AnyEth AnyEth das rufe ich auf und dann habe ich hier die Adresse vom Smart Contract der hinter diesem Token steckt die kopiere ich mir diese Adresse kopiere ich mir in die Zwischenablage gehe zu meinem Metamask Wallet ich bin auf der Binance Smart Chain das ist ganz wichtig dass ich das jetzt auf der Binance Smart Chain mache und dann füge ich hier den Token hinzu bei mir ist er jetzt schon hinzugefügt worden aber wenn das noch nicht der Fall ist dann kann ich den auf diese Weise hinzufügen dann wird hier das Token Symbol angezeigt 18 Dezimal stellen dann kann ich auf weiter gehen und dann habe ich diesen Token in meiner Liste und hier tauchen dann wie Ether nach einiger Zeit auf weil hier noch einige Netzwerk Confirmations im Hintergrund passieren müssen dauert das eine ganze Weile und ich werde jetzt einfach kurz Pause machen und dann gleich mich melden wenn das hier wieder aufgetaucht ist so inzwischen sind die 0,5 ETH auch angekommen in Form von Any ETH auf der Binance Smart Chain die sind jetzt hier in meinem Wallet und es sind 0,6 insgesamt das liegt daran dass ich es vorher schon ausprobiert hatte mit 0,1 Ether hier sind also 0,6 Any ETH im Wallet und mit diesen Any ETH kann ich eigentlich nicht so viel anfangen hier aber ich kann mit der Binance Version von Ether was anfangen jetzt ist die Frage wie komme ich an die wie komme ich daran also wie kann ich aus meinen 0,6 Any ETH wieder ETH machen und zwar ETH die ich auf der Binance Smart Chain verwenden kann und das mache ich indem ich auf Swap klicke und das ist jetzt ein ganz normaler Token Swap den ich hier bei Nerf machen kann hier habe ich also Any ETH und die möchte ich wechseln in Ether die ETH sind hier mit so einem gelben Balken angezeigt das bedeutet das ist die Binance Version von Ether also es sind quasi Ether die auf der Smart Chain laufen und die kann ich also mir jetzt holen indem ich meine Any ETH swappe in diese Richtung das heißt hier Swap from Any ETH Swap to ETH ich gebe hier das Maximum ein und dann nehme ich also meine 0,6 und swappe die hier fällt eine kleine Gebühr an für den Swap durch dafür muss ich erst quasi freischalten dass die Any ETH hier verwendet werden dürfen das ist also die eine Bestätigung Transaktion und wenn die Transaktion durch ist dann genau dann jetzt ist die durch dann kann ich den Swap durchführen das ist also jetzt ein ganz normaler Token Swap und sobald dieser Swap durchgeführt ist habe ich meine Ether in meinem Wallet gut der ist jetzt hier fehlgeschlagen ich was ich jetzt mache ist ich habe jetzt keine ETH mehr und ich müsste jetzt also rausfinden habe ich Ether in meinem Wallet oder nicht das kann ich so jetzt erstmal nicht sagen weil Ether wird mir ja nicht hier angezeigt wie auf der Ethereum Blockchain BNB ist ja quasi der das native Asset das zur Binance Smart Chain dazugehört Ether ist hier nur ein Token wie jeder andere den muss ich hier auch importieren das mache ich wieder folgendermaßen ich gehe auf BSC scan gebe hier den suche hier den Ether und das ist der Binance Pack Ethereum Token von dem hole ich mir die Adresse die Contract Adresse und dann importiere ich diesen Token hier ganz normal in Metamard Mask hier ist das Token Symbol ETH und wenn ich den Token hinzugefügt habe dann sehe ich auch meine 0,599 Ether bei dem Swap gerade ist ein bisschen was durcheinander gegangen aber der das Grundprinzip ist eigentlich glaube ich klar ich habe jetzt also 0,599 Ether klar die Gebühr ist noch abgegangen und damit kann ich jetzt hier weiter arbeiten auf der Binance Smart Chain es gibt ja hier diverse Möglichkeiten mit dem Ether was zu machen unter anderem bei Venus könnte ich jetzt meinen Ether als Sicherheit hinterlegen und dann von hier aus weiter arbeiten Eure Ether und eure Bitcoins sind also jetzt befreit aus der Nutzlosigkeit und können ihr volles Potenzial entfalten zum Beispiel auf der Binance Smart Chain oder auch auf dem Ethereum Mainnet und ich hoffe ihr seid in der Lage jetzt auch mit diesen Assets etwas Gewinn zu erwirtschaften das war es für heute vielen 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 Dank fürs Zuschauen und ich freue mich natürlich über ein Like und ein Subscribe ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video